Musik Hallo liebe Community, hallo Fans und Friends und hallo alle anderen, die heute eingeschaltet haben zur ersten Folge von All About Viva. Zu meiner Linken sitzt Viva Minimaus, meine kleine Schwester und zu meiner Rechten die reizende Viva Evolette. Ich bin Viva Kitty Cat, die Liederin der Vivacious Ladies und wir feiern heute Geburtstag. Am 31.05.2010 haben sich die Vivacious Ladies gegründet und somit sind wir heute genau zwei Jahre alt geworden. So ist es und wir möchten natürlich gerne mit euch, unseren Fans und Friends und der Community feiern und das möchten wir insofern bewerkstelligen, dass wir ein Geburtstagsgewinnspiel veranstalten zusammen mit unserem Partner-Klan Team Next Gen. Und die Preise dieses Gewinnspiels werden unter anderem gesponsert von unserem neuen Hauptsponsor EnneDoo. Ja, so ein Geburtstag ist ja immer ein schöner Anlass, um mal Danke zu sagen. Damit möchte ich dann auch direkt mal anfangen. Unser erstes Dankeschön geht an unserem Partner-Klan, das Team Next Gen. Mit NXG Zeus zusammen habe ich vor ungefähr anderthalb Jahren die Partnerschaft beschlossen. Und seitdem läuft alles reibungslos und wunderschön und es ist einfach nur toll. Und ich möchte einmal Danke sagen oder wir möchten gemeinsam Danke sagen, dass du damals auf mich zugekommen bist und das in die Wege geleitet hast, obwohl dir so viele Leute davon abgeraten haben. Vielen Dank! Danke! Danke! Außerdem ein riesengroßes Dankeschön an NXG Krachalmann, der sich seit Monaten die Nächte um die Ohren haut, um mit uns alles hinzubekommen. Geburtstagstechnisch, Grafiktechnisch, Newstechnisch, alles. Er hilft uns überall, wo er nur kann. Und wir sind einfach dankbar, dass er da ist. Danke, Krachal! Danke! Danke! Ein großer Dank geht auch an einen unserer Sponsoren, nämlich Gamer Dress, von dem wir nämlich unsere coolen Viva Tops und unsere pinken Jacken haben. Großes Dankeschön! Danke! Danke! Der nächste Dank geht an unseren schon erwähnten, neu gewonnenen Hauptsponsoren, und zwar an Eneloup. Bitte, Akkus? Ja, die habe ich hier! Ich bin jetzt einig. Eneloup ist ein Akkubatterie-Hersteller und seit neuestem sponsert er die Teams von NextGen und den Vivacious Ladies mit ihren Produkten. Unter anderem diesen tollen Glitzer-Akkus! So ist es. Danke! 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 Ja, ein weiterer Dank geht an MaxMillionMusic, der uns einen wundervollen Viva's Ladies Song komponiert hat. Danke! Dankeschön! Und ein weiterer Dank ist zu erwähnen, und zwar geht dieser an den Pro-Gamer Steve Abahachi Fiedler. Der hat ein Projekt zusammen mit unserer FIFA-Spielerin Viva Felina gestartet. Sie ist ihm auch gefallen, weil sie sich in einer gemischten FIFA-Ladder durchgesetzt hat, und er möchte jetzt zusammen mit ihrem 2&2 durchstarten, mit dem Team Uschi Meets Horst. Und die beiden zusammen haben auch schon den dritten Platz erreicht in einem Online-Ligen-Cup. Danke! 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 Außerdem geht insbesondere von mir persönlich ein ganz großer Dank an alle meine Ladies. Das Projekt ist nicht einfach gewesen von Anfang an, und ich danke allen, die mitgewirkt haben und das Projekt am Leben halten, so wie es ist. Ich freue mich immer über ganz viele Neuzugänge und bin ebenso traurig über diejenigen, die gehen. An dieser Stelle möchte ich nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Viva Stars richten, die so ziemlich von Anfang an dabei war und uns bis zum Ende treu geblieben ist. Leider musste sie aus persönlichen Gründen ihre Xbox hergeben, und seitdem führen wir sie als Ehrenmember auf unserer Homepage weiter. Sie hat bei uns einen Squad geleitet, sie war uns immer treu, hat uns immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden, und dafür sind wir dir dankbar. Danke, Moni, du bist dein Schatz. Danke, alle anderen Mädels. Ich liebe euch ganz doll. Kussi! Dankeschön! Danke! Ja, und natürlich nicht zu vergessen sind unsere Fans und Friends, die uns immer tatkräftig unterstützen, indem sie bei Facebook sind und unserem YouTube-Channel und natürlich ganz eifrig unsere News lesen. Dankeschön! Danke! Dankeschön! Soweit zu den Danksagungen. Ihr werdet wahrscheinlich schon bemerkt haben in unserer Einleitung, wurde schon unser Titel erwähnt, All About Viva. Das ist unser neuestes Projekt, das wollten wir vorstellen in diesem Video. Und zwar ist das eine News-Show, mit der wir euch Viva ganz privat zeigen wollen. Wir wollen euch die neuesten Entwicklungen vorstellen und auch, was bei uns im kleinen Geschehen so los ist. Und wir hoffen, dass es euch gefallen wird. Ja, somit kommen wir auch leider schon zum Ende unserer ersten Show und unseres Geburtstags-Specials. Die nächsten Folgen werden, denke ich, ein bisschen länger werden und ein bisschen umfangreicher. Wir hoffen, euch hat das ganz doll gefallen. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr ja gerne mal auch abonnieren klicken oder unsere Homepage öfter mal besuchen. Oder vielleicht ein Like bei Facebook, das wäre auch eine schöne Sache. Wir freuen uns auch über Kritik. Ihr könnt gerne in den Kommentaren posten, was euch nicht gefallen hat. Vielleicht haben wir jemanden beim Dankesagen vergessen. Das wäre natürlich extrem tragisch und das wollen wir natürlich nicht. Und ja, zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Jahresrückblick, der jetzt gleich eingeblendet wird, zusammen mit unserem tollen Viva-Song von Maximilian Music. Danke nochmal und ja, wir verabschieden uns, indem wir nochmal eben auf unseren wundervollen Geburtstag anstoßen mit euch allen zusammen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wiedersehen! Tschüss! Tschüssi! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 All about Viva. All about Viva. Bis zum nächsten Mal.